Moin Moin hellöche Leute so machen wir mal weiter hier mit Porten 9 ich auch nicht Prozent Prozent so 10 Uhr geschlossen heute hier abgeführt noch nicht n Irgendwie mir ein bisschen zu unsicher. Das ist ein guter Punkt. Oh! Nein. Alter. Können wir hin? Mal durch. Du musst noch hier irgendwo hinkommen. Verwirrend. Können wir alles nicht verwenden. Aber wenn wir da sind, da ist hier so eine perfekte Tür. Müssen wir hier irgendwie uns katapultieren? Das war knapp. Wo kann man uns hier runter katapultieren? Wir könnten natürlich da und 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 und. Das gibt für mich hier keinen Sinn. Das gibt alles für mich hier keinen Sinn. Ich meine... Unnötig. Aber ich möchte hier bitte bleiben. Ähm... Wo kannte man... Ein Moment. Gott. Vielleicht. Aber nur vielleicht. Sind wir ja an der falschen Abteilung. nicht so. Ja. 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 äh komischen das ist kacke da muss ich während des Flugs ein Portal machen das ist gut super verkackt auch mal we play we play we play und nötig und nötig klar ich glaube es oder bin ich im falschen Weg natürlich außen die Händen waren noch einmal täusche ich mich und dann noch noch hier gehts noch lang aber ne jetzt war der richtige so da eins und da ja her ich verstehe es kaum nicht ich glaube ich glaube nix ich glaube schaffen wir heute nicht das hier ist abgeschlossen da drüben ist eine andere das ist ja auch so schwer gewesen das möchte ich trotzdem jetzt mal gucken was hier alles ist hey kommt man zu den Tests aber keiner überwacht sie aber hier ist auch noch ein Test von uns soll ich jetzt hier machen überall eh drüben x-box x-box hier 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 irgendwo eine Tür so ist da könnten wir hin müssen irgendwie okay ich glaube wir müssen hier längs so simpel und doch zu schwer äh ah war sind einfach ga hm danke für den tääääää wo ist Ich komme jetzt da rüber, muss ich da überhaupt hin? Muss ich höher, höher muss ich auf jeden Fall nicht Ich denke aber, ich muss da rüber Aber wie? Durch Jumpen schaffe ich es ja nicht Ach, ich könnte es durch Hier soll ich Das könnte gehen Wenn ich das so Das da so Denn Was machen Sie denn? Sie haben es noch nicht geschafft Das ist die falsche Richtung Okay Hallo, ist da jemand? Nein Die Cake is a lie Biss denn es Ah, ich werde von Würfel verfolgt Würfeli Ich werde umgeleitet Dadam 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 Okay, der Test ist vorbei, gewonnen Gehen Sie zum Rückgabekomplex, zu Ihrem Kuchen Der Test war toll und wir sind beeindruckt von Ihrer Leistung Das war's, kommen Sie zurück Da muss ich hin Muss ich ihn hin Ich Ich Ver- Bräuchte ich einen Cube Muss ich da jetzt nochmal alles machen? Ey Oh, geht nicht Und da Ja Oh je Der Kuchen ist abgeschnitten Ich hab gesagt, Sie sollen warten, aber Sie wollen nicht, es ist aber auch wahr, weil Sie werden nicht verhalten Ja, ne, ist klar Geh auf Das heißt wohl Portelzeit Juhu Juhu Loll Ah ja, okay Da eine Plattform und Da ne anderen und jetzt von da kommen fährt er viel zurück er war nur ein Mann schnell zu stimmen da müssen wir von Wann 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 Lohen hallo sollte ich hier hin und dann da hoch oder was was hieß nein das funktioniert so nicht Stopp, das will ich nicht da müssen wir das da machen das Ladedaten cool, also sind wir richtig hehm 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 das weiß ich nicht wenn ich jetzt zerquetscht zerquetscht wer auch zerquetscht mit ihm mit kein Leitern hochgehen aber ich war noch Ich müsste dann wo ich raufgehe ein Portal machen aber wo denn noch da eins Lachen wir mal rauf und gucken ob das hier so los ist Wo müsste ich hin? Da oben vielleicht Oder wie gesagt da Aber wo soll ich da ein Portal machen? Ich gucke mal da oben Ja genau Ist ja sehr, sehr geil hier Der mal Der ist nicht so Der ist so Welches Portat hatte ich da jetzt im Gesetz? Ich blau Was ich da ausrote Was ist da? So nix Lass mich hoch Metall quietsch oder Kolben schlägt auf Wir näher erinnern uns den Ziel Ah Zerquetscht Oh man Fail Warum habe ich auch Darstatt hier irgend so ein Portal gemacht? Doch Auf jeden Fall nicht Hallo Super So So Ähm Uh Sind wir hier Ich mache jetzt hier einen Cut und sehen wir uns der nächsten Folge Tschüss D Tschüss Vielen Dank.